Ich suche ein aktverlängerndes Präservativ. Ach, Sie meinen stimulierende Kondome für Erektionsstörungen? Du riechst irgendwie so lecker, wie so eine knackige Bratwurst. Ich kenn Affen, ich kenn Maus, ich kenn Trampeltier und viele Vogelstrauß. Tadaa! Hast du sowas schon öfter gemacht? Im Auto fand ich eigentlich eine ganz lustige Idee. Da wird mir gleich ganz heiß. Schlacht mich. Na ja. Das ist ja kein Fremdgehen im klassischen Sinn. Sorry, aber du, das hab ich irgendwie gerade hinter mir, ja? Beziehung? Nee, das Stillen. Komm, wir gehen auf Safari, ich zeig dir seltene Art. Wir nehmen die erstes Party, stellen uns an die Bahn und fahrt. Alle trinken gern bei Nacht, komm, wir gehen auf Safari. Bitte gib deine sexuellen Präferenzen an. 69 kenne ich, aber 71? 69 plus je ein Finger im Po. Aha. Zeig dir seltene Art. Wir nehmen die erstes Party. Vielen Dank.